Herzlich Willkommen beim Let's Play von Doom 2 Hell on Earth Das ist Mission 15 und die ist brutal schwer Weil sie auch einfach so lang ist und wenn man dann halt irgendwann mal einen Fehler macht Dann wird man schon geliefert Das ist wirklich anstrengend Sollte Ah ja, das hab ich ganz vergessen, ist auch sinnvoll, den Platz zu machen, wenn es dann kommt. Das rote Krieg, ja da. Ja, komm. Ja. 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 Boah, wie schnell die einen erwischen... Das ist so fies... Und ich sehe natürlich wieder keinen Haser... Okay, jetzt kommt die richtige Arschlochstelle... Oh mein Gott... Ich kann euch nur wirklich wärmstens empfehlen, immer hier rein zu laufen... Wenn die Stille kommt... Nicht hier draußen kinken... Das ist er tot... Ganz genau... Wo ist das Viech denn? Wo ist das Viech denn? Dann gehen wir mal weiter... So, ich... Ja... So lange hier wieder... Das ist so ein Wahnsinns Außenareal bei dieser Map, ne? Das ist heftig gut... Äh... Ist das die Frage? Nee, da ist das... Hier muss ich nicht hin... Äh... Äh... Nein... Ja... Jetzt gehen wir mal da rein... So, hier drinnen ist die Karte jetzt dann... Ich bin ein Wälder... Ich bin ein Wälder... Und da ist ein Wälder... Sie können ein Wälder... The Eater... ...lubbrend... ... Und das Ding an... Die Karte... ... In gewisse Gäste ist das Ding... Du bist das Ding mit... Okay. Ach der Scheiße. Äh, wo ist er denn? Hä? Ist er sich jetzt gegenseitig umgelegt oder ist er runtergefallen? Kann planen. So jetzt ist hier, guck, da ist jetzt sogar so ein Pfeil auf dem Boden. Da hinten ist jetzt das Luftgegangen und das haben wir, die blaue Keykarte. Jetzt kommen wir im Wesentlichen auch zum letzten Abschnitt des Levels. Und der ist natürlich nochmal richtig schön schwer, finde ich. Wobei ich ihn eigentlich beim ersten Mal auf Anhieb geschafft hatte. Also als ich dann das erste Mal dort angekommen bin in diesem Abschnitt. Ähm, und dann irgendwie nicht mehr. Da scheitere ich mich zur Zeit auch immer. Es bleibt spannend, ab jetzt wird es richtig schlimm für mich. Also gefühlt, hier war ich noch nicht so offen. In den anderen Abständen bin ich noch nicht so routiniert. Und ich weiß noch nicht alles auswendig. Das ist ziemlich heftig. Ja, mal schauen. Ich mache noch was. Ja, ich habe noch so weit geredet. Ich habe noch nicht mehr und ich habe noch zu sehen. zu scheiße genau na komm Habe ich beide erwischt? Mit einer? Jetzt? Sehr geil. Ja, den erwische ich nicht, ne? Ich auch. Okay, geil. Sehr gut. Oh, jetzt kommt eine richtig schlimme Stelle. Ja, ich habe 40 Cells. Ich würde auch direkt sagen, wir machen das... Ja, oder? Ja, wir machen das so. Ja, jetzt kommt. Geht ja nicht. Ich muss dann wieder... Ich habe keinen Bock hier zu sterben jetzt. Alles klar. Die Habe. So, äh... Oh, jetzt geht es nochmal weiter genau da hoch. Oh, da lang. Da haben wir auch genug Bullets. Ja. Ja. Okay. Okay, Leute, jetzt wird es heftig. Jetzt sind wir an der blauen Tür. Jetzt beginnt wirklich der letzte Abschnitt. Wir haben uns ja nur bis hierher jetzt vorgekämpft. Das ist jetzt nochmal richtig derbe. Glaube ich. Ah, kacke ey. Okay, wir haben einen, da ist mir noch so ein Lack. Seht ihr den? Das ist schwieriger zu sehen. Das ist schwieriger zu sehen. Was ich das noch gar nicht richtig zu bringen soll. Haben wir noch davon was? Ja, wir haben davon noch was. Okay, wir haben ihn. Wir gehen da jetzt einfach rein. Ich habe es geschafft. Yes, ich habe es geschafft. Ohne Spaß. 100 Versuche mindestens. Ah. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Unten links der Link zum letzten. Unten rechts der zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.